So, heute spielen wir mal eine Runde Outlast und zwar nicht der normale Outlast, sondern Outlast Wüstelblauer. Mal gucken, ob der mich sogar hier wegschockt heute. Das Spiel ist noch keimiger als das normale Haufspiel. Das Spiel ist noch keimiger als das, was wir sehen, 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 was wir sehen. Das Spiel ist noch nie. Andrew, Sie bekommen diese Alte? Wir sind ein bisschen beschäftigt hier. Es klingt wie ein echtes Problem. At der Ingenie, sie sagten Hope eine Laterale Entscheidung. Hope? Sie sind nicht glücklich damit? Nein. Shit. Shit, shit, shit. 2 stunden vorher psychiatrie psychiatrie na ja wir sind ja ein bisschen krank ich hab mir mal so gedacht komm heute ist ja 31.10 gekommen spielts nur eine outlast nicht der tauchspiel sondern der dcl wistel blauer und ja sie kennen mich nicht muss mich kurz fassen werde vielleicht beobachtet ich war zwei wochen lang als softwareberater für die einrichtung von murkopf psychiatrie system in maun massiv tätig breche gerade alle möglichen geheimhaltungsvereinbarung aber echt zur helle mit den kern schreckliche dinge gehen nach vorsicht verstehe es nicht verstehe es nicht glaube nicht mal die hälfte der sachen die ich gesehen habe doktoren faseln etwas von traumtherapie die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten was sie auf sie im berg gewartet hat leute kommen zu schaden und murkopf schaffe geld das muss aufgedeckt werden drücke linke maustaste um die e mail zu senden spiel bei schaden oder wollen wir mal uns hier was 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 Oh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Christoph, Hählen, hurry auf, sie warten auf dich! Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Are we happy, Mr. Park? Uh, Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Whelan Park? Which I consider more than unkind to its programming skill and considerable dedication to the Merckoff Corporation. No, no, don't fuck me, they bring him in. Oh jeez, no, no, not again. Is he going to be sick of this thing? I don't know how to do this. Help, help, help me, they're going to rape me, rape, rape! They're going to be sick of this. Oh man. Help me! Don't let them do this! Don't let them... You, I know you can stop this! Do you have to help me? Do you have to help me? Hey, calm yourself, this is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Is he full of a sick house here, eh? Man, man, man. Come on. Back to the engine. After 5 seconds. To get on. 3. 4. Arterial Spin Labeling is back online. Good. Good. Oh, I think it is already funny. Good. I know you. Very good. Very good. You're finished Mr. Wayland Park. You can leave. I don't expect anything but honesty with my review of your performance. so meine arbeit ist getan und jetzt verpiss ich mich in mein scheiß büro immer bisschen schneller rennen hier auf die hütte von berkeley but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wick somehow dumb enough to think that a borrowed laptop onion router and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security stupid mr park more than stupid in fact that was crazy I'm afraid we're gonna have to have you committed mr. park will you willingly submit to forest confinement did you hear that agent he said yes mr. Blair great oh and did I just hear mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program that's what I heard mr. Blair that was brave indeed Wayland the Murkoff corporation in the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice maybe you could administer mr. Park here a light wüchte blauer die schockrunde kann beginnen die schockrunde 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 Bis zum nächsten Mal.